Das Tor zur Meisterschaft 2002. Auf immer und ewig das Glanzstück des Enrique Everton D'Assouza. Das wichtigste seiner 54 Pflichtspieltore für den BVB. Ich habe schon seit 20 Jahren erinnert. Dieses 2 zu 1 gegen Werder Bremen am letzten Spieltag. Everton krönt seine erste Spielzeit in Schwarz-Gelb mit dem alles entscheidenden Treffer zum Titelgewinn. Es ist wirklich emotional, was wir gewonnen haben. In dieser Spielzeit habe ich noch in den BVB, damit ich dann in den BVB gewonnen habe. Ich mache meine Familie im Brasilien und ich hier in Deutschland. Ich bin der erste Mal in der ersten Saison, ich bin der Champion, ich bin der Titel, ich bin der Titel, ich bin der Titel und ich bin der Titel. Und ich bin der Titel für viele Jahre und ich habe den Titel, der Titel der Deutschlandfamilie bekommen. Für diesen Tor ist es einfach sehr emotional und fantastisch. Ein Tor im Tor ist immer wichtig. Es ist sehr beeindruckend, weil es wiederum ist, es sind sehr schnell, aber die beiden beiden sind sehr identisch. Es ist schwierig für eine Woche zu trainieren. Ich habe keine Ahnung, 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 ich habe keine Ahnung. Natürlich hilft es ihm, dass mit Dede, Eva Nilsson und Amoroso einige Landsmänner im Kader stehen, die ihm bei der Integration helfen. Von Grüppchenbildung aber keine Spur. Nein, denn wir sind Menschen mit unterschiedlichen Charakteristiken und wir sind froh. Es gab mir sehr gut mit Rosicki, mit Kuhle, mit Lehmann, mit Reuter. Wir haben immer gute Freunde gemacht. Nicht nur bei seinem Debüt, auch in seinem zweiten Spiel gelingt ihm dasselbe Kunststück wie bei seiner Premiere. In Mönchengladbach spielt er erst einen Traumpass zum Tor von Lars Ricken. Wenig später beweist er seine Eiseskälte vor dem gegnerischen Torhüter, seine Spezialität. Ich habe immer viel gearbeitet, insbesondere in diesem Bereich. Und in Brasilien bin ich auch mit einem großen Team aus der Selektion Brasilein. Sie haben immer einen Guss gemacht. Ich habe die Bolle in unserer Intermediate und es war eine Qualität, die sei schnell, oder? Ich bin schnell. Ich bin schnell. Und habe die Bolle in der Karriere, die ich in der Karriere schlange, und habe die Bolle in der Branche gesehen. Ich habe nur den Bolle in der Karriere gesehen. Es ist eines der schönsten Gäste der meiner Karriere. Aber es war ein bisschen schwierig. Als ich den Ball tanze, war er sehr brav. Evertons Abschied erfolgt nicht ganz freiwillig. Der siebenmalige brasilianische Nationalspieler gehört zum Tafelsilber, das der BVB in wirtschaftlich schwierigen Zeiten veräußern muss. Beim Blick zurück gehen ihm trotzdem nur positive Gedanken durch den Kopf. Glück, Freude und Gratidigung. Ich habe sehr gut bekommen. Ich habe sehr gefühlt von der Stadt. Ich bin in der vierten Saison gegangen, weil Dortmund nicht die Konditionen für mich zu halten. Sonst hätte ich 10 Jahre gelassen. Bevor er 2014 seine Karriere beendet. Ein Leben, in dem der BVB für immer seinen Platz haben wird. 100%. 100%. 100%. 100%. Sou troceder do Borussia, gosto muito. Meu filho é fã. O Brasil tem bastante fãs aí do Borussia. É bem bacana. Somos sempre deslembrados pelo BVB.